hallo und herzlich willkommen zu season 3 von let's battle minecraft mit dabei der hardy der jonathan der sepp der christian und dennis den ich kann nicht sehen wo ist der da oben und ich spiel zum allerersten mal auch mit juhu die karte die karte hat unser kollege tim gemacht vielen dank vielen dank an tim dafür außer die karte wird scheiße dann nehmen wir es zurück aber wir kennen die noch nicht dazu die kleine info warum ihr die die map nicht komplett seht liegt daran dass wir die karte halt nicht sehen dürfen deswegen nicht komplett auf der map schon waren und die deswegen noch nicht regeneriert ist auf regeneriert natürlich also hier peats meet let's battle matt viel erfolg hier sind unsere war points der gewinner bitte zu war win anzahl der verstecke zehn stück insgesamt und was gibt es noch für wichtige informationen keine bündnisse möchte thema dieser stelle danken dass er mir schon mal drei verstecke verraten hat eine bündnisse kein ob die feiern kann gar nichts ich mach mal game mode wieder aus gar nichts und von mir aus von mir aus können wir starten oder also alles wirklich wort chris eingeben oder wort hussarenflip ich gesteckt das eingeben was da steht glaube ich können wir nicht ich bin soweit eigentlich drei warte warte kein spaß aus spaß die die kontrolle und holz wurden zurückgesetzt und ich musste okay jetzt können wir drei zwei eins okay wir müssen uns jetzt alle muten und weg machen geht nicht alter und klappt das so alles klar leute ich hoffe das läuft jetzt hier alles noch ansonsten kriege zu viel jetzt geht es aber los so wir haben schon mal zwei wolle und wir müssen jetzt erst mal direkt hier holz snacken ja damit wir nicht hier direkt fett auf die schnauze kriegen mal gucken ob wir dies noch mal etwas näher aufs tröpfchen kommen ja letztes mal war ich ja war ich nicht dritter irgendwie soweit ich glaube jerry und ich haben uns gegenseitig gekillt und dadurch hat dennis gewonnen also war ich glaube ich im prinzip dritter war nicht schlecht muss ich sagen also ich bin also nach jedem battle habe ich mich immer so gesteigert es gab natürlich erst zwei aber wie auch immer gucken wir jetzt dass wir vielleicht mal etwas weiter kommen wir werden jetzt auch nur das nötigste holz hier uns snacken weil wofür soll ich so viel holz nehmen komm gib mir gib mir gib mir gib mir gib mir gib mir mehr so alles klar jetzt erstmal fett hier hingehen und holz und den scheiß so alles klar jetzt gehen wir erstmal hin und machen uns stäbchen 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 und wir brauchen eigentlich auch nur eins von diesen dingern hier weil ich nämlich direkt stein haben will ja also wir werden jetzt hier nicht anfangen wir können aber zumindest mal kurz da hoch gehen und gucken wie die welt so aussieht ja also was war hier womit wir es hier zu tun haben ich habe richtig mal scheiß gras so also das hier ist die welt das hier ist die begrenzung wie man sieht nicht gerade klein um es mal so zu sagen wir könnten natürlich auch direkt auf die suche nach einem versteckt machen aber müssten damit rechnen dass wir einem von den pennern direkt in die arme laufen was natürlich nicht ganz so empfehlenswert wäre toll jetzt habe ich natürlich schon hunger weg das ist ja geil und ich sollte gucken okay ich sollte mir jetzt erstmal stein besorgen ohne witz weil das warum ihr euch jetzt fragt warum ich das andere texture pack drauf habe das originale weil wir eine alte minecraft version benutzen und ich ehrlich gesagt keine böcke habe oder keinen bock hatte da jetzt noch mal alles mögliche umzustellen jetzt habe ich meinen meinen geilen table vergessen scheiße na egal wir werden uns jetzt erstmal das wichtigste und nötigste hier zusammensuchen kohle vor allen dingen weil falls es nacht wird sind wir voll geliefert so machen wir uns noch mal eben ein wir haben ja so machen wir uns erstmal eine stein spitzhacke dann brauchen wir noch mal das hier und das hier und natürlich nicht zu vergessen ein schwert ganz wichtig wir uns ja verteidigen können so erstmal sortieren hier sieht doch gut aus so bauen wir die scheiße wieder ab weil brauchen wir nicht ich brauche jetzt erstmal futter ja also ein bisschen kohle wäre sicherlich nicht schlecht weil wenn wir uns in die mine wagen dann wäre es sicherlich von vorteil wenn wir auch was sehen bin mal gespannt ob es wieder solche offensichtlichen truen und so eine scheiße gibt dass hier gleich direkt einer mit der diamanten scheiße hier wieder auf uns zukommt ich ehrlich gesagt keinen bock drauf ich finde jetzt auch gerade keine kohle hier das ist ein bisschen kackiges muss ich sagen jetzt mal gucken ob wir hier irgendeinen namen sehen die karte scheint ganz relativ groß zu sein wenn ich jetzt natürlich hier die ganze zeit kohle am suchen bin wird sich natürlich auch mein essen verringern und das nicht zu knapp aber kohle brauchen wir halt auch um schweine zu grillen falls wir welche finden also das ist essentiell aber wie ich mein glück kenne hier ist natürlich mal wieder gar nichts deck mich doch am arsch ach warte mal wieso sollten wir die zeit danach dafür verschwenden kohle zu suchen wenn wir uns doch auch kohle selber machen können ja mit holz hätte ich schon fast wieder vergessen dass das möglich ist also heißt also wir holen uns jetzt erstmal ordentlich was von dem scheiß hier und wir machen uns jetzt erstmal sofort auf die suche nach irgendwas essbaren an tieren weil ich glaube vier hier ähm getreide und so das wird eindeutig zu lange brauchen bis das fertig ist mich schon halb verhungert aber ich habe natürlich das glück dass hier nur scheiß beschissene schafe sind die nächsten können außer mich anblöken und ein bett brauchen wir ja im prinzip auch nicht weil wenn wir tot sind sind wir tot da beißt die maus keinen faden so und jetzt gucken wir mal ob wir nicht irgendetwas geiles finden zwei hungerbalken sind schon mal weg hühner da ist er perfekt sehr schön hude ist schon mal gut da ist noch eins noch zwei sogar perfekt lol ich kann das nicht aufnehmen ich kann euch das nicht aufnehmen am arsch junge ok geht doch ach perfekt war wahrscheinlich ein kleiner mini server lag oder sowas so jetzt werden wir uns gleich erstmal einen klunterschlupf suchen und uns da niederlassen weil hunger und so treibt ein ich sollte mir erstmal ein bisschen was zu essen besorgen hier aber bei dem was ich hier an essen nicht finde werde ich wahrscheinlich gleich alles brauchen wo zwei hühnchen so sehr schön schon mal fünf hühner vielleicht finden wir noch mehr da ist noch eins perfekt und noch eins komm gib mir das fleisch keine faxen hier so perfekt noch irgendwo ein hühnchen ne ok oh was ist das denn hier eine truhe nice perfekt und ein helm sehr geil komm anziehen 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 so sehr gut da ist also der spawn ja ok ich guck mal gerade ob ich hier nicht schon irgendwas sehe aber das beste wäre jetzt wenn ich die truhe mal mit weil wenn einer sieht dass die leer ist der hier lang kommt dann ist das nicht so präckelnd ich werde mir direkt hier werde ich mir meine höhle bauen dann können wir nämlich das alles schön im blick behalten hier findet uns doch keine sau so lol da unten ist einer das tun wir uns nicht an weil ich bin geschwächt und alles heißt wir werden uns hier in der mulde eingraben vielleicht hat das was gebracht so huiuiuiuiuiui so jetzt gucken wir nochmal sehen wir hier jemanden ne sieht nicht danach aus ok das ist gut das ist gut so ich sollte jetzt vielleicht hingehen und mir hier ich glaub viel tiefer brauchen wir nicht gehen weil die werden uns im schlimmsten fall eh finden das haben wir letztes mal schon gemacht hauptsache ich habe irgendwie eine base wo ich mich hin zurück verziehen kann so jetzt werde ich mir erstmal hier so eine erstmal hier mal einen teiler hinstellen so alles klar ofen ist angesagt auf jeden fall hammer wichtig und so so zack und dann machen wir uns jetzt erstmal so so ist richtig ne ha die mag ist bei den scharfen ja deine mom mag es auch bei den scharfen so 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 also hat der uns auch gesehen so ich guck mal eben ich hoffe mal dass ich mich hier echt gemutet habe ja habe ich alles klar oder habe ich ich bin maximum verwirrt ja habe ich alles klar so so ich hoffe mal dass uns jetzt keiner hier direkt auf die Eier geht so was wollte ich denn jetzt überhaupt ach ja Kohle Kohle ist schon mal gut dann können wir jetzt schon mal einen zweiten Ofen bauen so so und schon mal Hähnchen machen das wird nämlich gleich nötig Alter ich sage euch Boah ich hätte gerade gedacht ich habe da schon wieder einen Namen gesehen so so wie ist jetzt der Plan ey wollen wir jetzt Eisen suchen oder was hmm hier wird man uns nämlich nachts leicht finden aber andererseits glaube ich kaum dass irgendeiner von den Spacken hier leichtsinnig nachts rumläuft das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen also werden wir uns jetzt einfach mal die Tiefe buddeln hier und mal gucken was wir so an äh äh rohstoffen finden weil das ist nämlich schon recht wichtig ach ja genau und Fackeln sollten wir uns machen genau hier so zack 16 Fackeln könnten erstmal reichen nachher die Truhe stellen wir auch hier hin so tun wir erstmal den ganzen unnützen Fack rein so das hier und Dirt und Eier und überhaupt ja 64 Steine brauchen wir auch nicht so alles klar ich glaube ich sollte schon mal eine Fackel hier drin planten ich habe voll die Paranoia ohne Scheiß so ich glaube ich sollte mal so ein Brot essen hier das ist ja perfekt das war dass man uns schon Brot hier gegeben hat sehr gut Hühnchen haben wir auch ok ok also ich sehe hier im Umfeld jedenfalls kein loll Wasser warum denn Wasser ach du Scheiße das ist aber nicht so cool hier ok dann müssen wir uns anders weiter runter buddeln hier so machen wir das so machen wir mal eine Fackel so also wenn ich jetzt mal so ein bisschen Eisen finden würde das wäre schon mal definitiv nicht schlecht aber ich finde hier nicht mal Kohle ey das ist echt kranker Scheiß muss ich sagen so dann buddeln wir mal hier weiter so fuck das war falsch egal nochmal hier so eine Fackel so und weiter nach unten und weiter nach unten braucht